ich habe bald mehr wie es wird ich mal zurück geh jetzt brauchen wir noch die stange bei der weg mit dem stuhr und dann kriegen wir einen spachtel was jetzt ist alles eine spachtel ich warte mal weg mit der maus 4683 wir haben ein feuerzeug schön das ist was wert da mal wetten und das müssen wir uns merken 4683 moment da brauchen wir sechs acht und drei und geöffnet was ist es eine lunte eine lunte das bedeutet machen wir mal den da und dann feuer frei die lore reparieren warum muss warum muss die reparieren ein imbusschlüssel aber warte mal haben wir doch ein echter handwerker da ist sie dabei oder oder sucht sie es zusammen ja um gottes willen da brauche ich das da und dann ein nagel weg mit dem nagel wer tut sowas das heißt das heißt jetzt ich mache mal den doch weg das jetzt gehen wir ein bisschen runter das ist ich mache mal den kristall rein und ich würde mal sagen das ist wie ein rätsel gell Um Gottes Willen. Oh. Ja, besser. Wie muss das Licht zu den Kristallen leiten? Das sollte doch nach Adam und Riese. Nicht so schweißer, oder? Oder teischt das? Ich meine, teischt. Schösser. Was sagt er? Ich gehe nicht mehr, warum nicht? Ich verstehe. Das kann ich auch noch drinnen. A, Bär. Jetzt hat jeder Kristall eine Verbindung, gell? Oh, Bär. Das passt noch nicht. Das passt hinterm vor nicht. Das ist wiederum scheiße, gell? Da muss ich ein bisschen ausprobieren, gell? Helft nicht. Das ist wiederum. Der Wind ist wiederum. Das ist wiederum. Das ist wiederum. Das ist wiederum. Ja gut, der ist auch nicht so hier wie im Mohnen. Oh Scheiße. Ich darf mir sagen, vier sind gut oder? Ich brauche ja vier Strahlen. Allerdings muss ich das irgendwie da richtig umleiten. Da bin ich blöd, he? Jetzt habe ich allerdings rot drei, gell? Da brauche ich ja vier. Vier. Das geht mir ehrlich so gar nicht aus, gell? Jetzt haben wir vier. Ja, pass auf. Der Ring da. Jetzt brauche ich da wieder vier. Räck das. Ja gut. Ich muss Dagon aufhalten. Ja, warte mal. Okay. Onkel Dagon. Der plünderte erst einmal die Kisten. Oder nicht? Ein Juwelfeld. Ja gut. Ja gut. Der muss ich jetzt befinden. Ja gut. Da kann ich noch nicht weitergehen. Aber der Schlüssel. Pass auf. Der beißt rein. Schon oder? Und da haben wir einen Kristall. Das heißt, wir können drum gleich weitermachen. Der Kristall. Und jetzt? Wo macht der? Der binde alle Kristalle miteinander. Ah so verstehe ich. Oder geh weg. Wieso mein? Muss ich da? Na, ich sech schon. Da muss ich schnell sein. Na, dieser Stahl ist ein bisschen langsamer zugegeben. Weg das. Da fülle ich nie um mich. Jetzt vielleicht. Und der ist gesichert oder? Schon weh. Das heißt jetzt. Zum nächsten. Na gut. Das ist nicht so tragisch. Aber der lange. Jetzt weg. Und Domi. Bisschen warten. Und Geist geben. Und Domi. Und Domi. Und ich werde mir sagen, das ist der erste Obelisk. Weg das. Ja gut. Jetzt habe ich die Energie aufgesauft oder? Der erste. Der erste. Der ist. Der ist. Der kann ich weghaun. das halbe amulett fehlt oh gott ist er noch und da wir kriege schätze dein hobby wenig ein schraubenschlüssel das geht gerade dreimal gell den kann ich auch mich gerade aufladen hier pass auf jetzt gehen wir Der Code, wo war der? Das bringt mir nichts, nicht? Ich muss jetzt. Was ist das? Nein. Ich muss da aussehen. Was ist das? Das war das da. Wer war das? Das ist 2, gell? 20, 7 und 15. Pass auf. Ja und weiter. Wie gebe ich das ein? Was? Jetzt ist die Frage, wie ich dieses Ding eingib, gell? Geht nicht. Ich kann doch nichts betätigen, gell? Warum nicht? Was ist da oben, ey? Ja, das fehlt auch noch. Und unten der Dreizock, gell? Okay. Aber ich darf nicht mal sagen. Wir hauen jetzt eine Pause rein. Und zwar machen wir die Pause. Wo machen wir die? Da hinten, ha? Da ist die Dillisch. Oder da unten. Was brauche ich da noch? Oh Gott. Da brauche ich einen weiteren Schlüssel. Aber ja. Den suche ich erst beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, haben wir da eine Pause rein. Und beim nächsten Mal geht dann genau da weiter. Sebas.